guten abend welches schweinchen hätten sie denn gerne dieses das ist frisch geformt hat schöne speckfalten und ordentlich brustwarzen dabei und zwei schöne keilerzähne dann hätten wir dieses das ist schon einmal gebrannt aber da fehlt noch farbe und es hat einen schlitz zum einwurf von alles so und dann haben wir diese schöne orange wollsau da kann man hier drunter das wollknoll legen den faden hier rausziehen und dann kann man damit drücken das ist schön jetzt müssen sie sich entscheiden für welche für eine dieser säule